Willkommen, willkommen zurück hier bei Far Cry 3. Wir haben Glück, ein Quantum Glück und Maximum Glück und heute kaufen wir mal eine besondere Waffe und zwar die Schredder Was haltet ihr davon? Da Ja Und die werden wir gleich ausrüsten gegen hier Ausrüsten Fantastisch Jetzt bin ich ja gespannt Was die Schredder so kann So Ach, willkommen in Abanaki Hallöchen Puppechen Wie geht's denn so? Ach, nicht mal angebrannt, den Arsch Sehr schön Ich möchte gerne eine kleine Eine kleine Nicht die kleine Sondern eine kleine Oh Wir haben irgendwie ein Ein Pfeil gemacht Das kann nicht sein Map Map Ich gucke Ja Ja, ja, hier Fahrt des Jägers Ja Klingt ganz plausible 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 Und hier ist noch eine Gesucht-Totaufgabe Oh, schön Und hier ist noch eine Prüfung der Hakiat Auch schön Und hier Eins nach dem anderen Na Du schwarzer Teufel Ach, ich habe nichts gesagt Wie kann ich denn nur Sowas Ungezogenes Aber auch So, mal gucken, was die Schredder bringt Hier Fahrt des Jägers Bären haben ein Farmer zerfleischt Erlege sie mit der Am Zielort gestellten Schrotflinte Oh Gott Okay Schrotflintenjagd Bären Äh 230 Meter Auto gelobt Das muss ich auch mal Oh, die ist gut Die ist gut Die ist gut Die kann ich nicht tauschen Nein, nein, nein Die ist ja Die ist ja besser als die Buschmann, oder? Das ist ja Unglaublich Uh Jetzt habe ich mir da Auf den Tower geguckt Und ich Witte mal Witte mal Witte mal Ich bin in die falsche Richtung Extrem Falsche Richtung Ah Okay Da gibt es auch Kisten zu plundern Das heißt Oh, schön durch die Pampa Hier an den Bäumen vorbei An den Bäumen Verbei Schön am Strand lang Oh, da ist das Haus vom Nikolaus Und durch das Ach, komm, wir laufen Und wer jetzt kommt hier Irgend so ein Krokodil Okay, es scheint zu funktionieren So, dann nehmen wir mal die Schrottflinder und dann holen wir uns den Bären Auf Bären stehe ich sowieso Warum? Naja, überlegt mal Kiste plundern Klar Können wir Machen wir Königspielkarte Super, geil Wollte ich schon immer haben Und den Kram Will ich nicht haben So Wir werden den tauschen Gegen die Buschmann So Wir laden nach Schrottflindenjagd Übrige Tiere Zwei Lächerlich 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 Da in das Gebiet Ich hoffe, ich brauche nicht wieder diesen Kackjagdinstinkt Weil ich den nämlich hasse wie die Pest Oh, da ist eine Bärenhöhle Oh, guck mal da Komm her Naja, da kannst du Faxen machen Ups Da kannst du Faxen machen, wie du willst Ich muss das Tier auch häuten 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 Achso, heute hieß ich Häuten Der andere Bösewicht im Spiel Den wir schon kalt gemacht haben Naja Wenigstens hat sie nicht geraucht Ähm Ich meine, alles fertig geraucht Nachgeladen habe ich Okay Wo ist der Was, das war's Okay Palim, palim Und häuten wir ihn Check Sorry Steckt wie die Seuche Hm Das war's Keine Herausforderung Okay Dann können wir ja die Gesucht tot machen Gesucht tot 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 Aber Wir holen uns unsere Waffe Wieder zurück Werfen einen Blick In das fröhliche Nass Hier Zack So Oder hier Schön Oh, da ist jemand Ein Kind Hallo Ich wollte mal Ein weißes Blatt pflücken Meine junge Dame Ist das hier meine Schrotflintenaktion Und meine Aha Gut Zumindest Kriegt man hier noch Geld Eins Zwei Drei Und die Kiste Haben wir da schon geplündert Oder was Die hier Da gibt's eine Kiste Die können wir auch Plündern Hier ist sie Das ist halt nur Hunde Marke Hm Mal lesen können Hä Ach Guck Gleich mal unsere Schrotter benutzen Ne Pass auf Wir machen folgendes Wir benutzen doch die Schrotter Wow Eigentlich wollte ich den Da mit einer Mine hochjagen Zack Und Futschi Jutschi Aber Der war zu schnell Der kleine Kleine Tiger Jetzt bist du platt Siehst du Und dein Kind Oh Scheiße Eieieieieieie Na gut Na gut Wer Gutes tun will Der sollte sich Hier Oh Wollen wir die mal hochjagen Warte So hier Wir machen so Und Und Ja Ja Nee Das war Shit Aber Wir können dem noch eins Schön in den Weg legen Den hier Guck mal Wir treiben den hoch Und dann machen wir so So und jetzt weg Achtung Warum will den da nicht Muss ich dich erst Bewerben So Macht man das Dann nehmen wir unsere Mine halt wieder Wenn du den nicht willst Hast du schon Okay Oh Ich glaube das ist das Rest Der Rest Zum Schützenfest Was war denn das eigentlich für ein Tier Tapir Oh Oh Tapir Hier Da kann man nämlich was Bauen Das ist ein anderer Tapir Jetzt ist er weg Wenn man sie mal braucht Da Den könnten wir eigentlich Echt mal mit einer Mine hochjagen Das wäre mal echt was lustiges Hier Warte 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 Andere Seite Los Geh da lang Nein Da Da an das Haus geht es nicht Ja So Das ist gut Das ist gut Weiter 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 Oh Hörst du sie? Ach Dann nicht Meine Fresse Ich wollte den Netz Sein Hässliches Vieh Okay Scheiß auf die Granate Oder Landmine Die brauchen wir nicht Wir brauchen erstmal ein Ziel Ohne Ziel Ist ja nicht viel Okay Wir könnten die Aufgabe machen Und wir könnten Oh hier gibt es noch so viel Oh hier ein verlassener Brief Ein verlorener Brief Wo sind wir eigentlich Wissen? Dann sollten wir schnell Ja 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 Das ist gar nicht so einfach Wir sollten vielleicht schnell Nach Walser Dock reisen Auf geht's Flupp Wechsel mal Hm Oh Schluck Ähm Honig Met Und Palim Gibt es hier noch irgendwo eine Speicherkarte? Ne Gibt es nicht Aber wir können den Scheiß noch verkaufen Oder? Den Scheiß Verkaufen wir Oh Zu spät Gesucht tot Das mache ich am liebsten Warum? Weil es Fanny macht Aber nein Ich werde meine Schrotflinte noch Verkaufen Gegen Diese Wunderwaffe Gegen die einzigartige Achso Ein Kusumartikel Wir könnten doch eigentlich Unsere Körperpanzer kaufen Ja Genau Das Geld muss sein Dann zurück Und Spezielles Was ist das? Leichtpistole Flammenwerfer Das ist okay Das brauchen wir nicht Wir brauchen Karten Ne Einzigartige Waffe Das war doch die Buschmann Ausrüsten Gegen Die Schrotflinte So Jetzt sind wir Gesichert Und ohne Ende Hier Vorbereitet Für Für was eigentlich? Schredder Die Schredder Für die gesucht Todaufgabe Die war da drüben Schön leise 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 Sein Okay Come on Ein Pirat Und seine Männer Schikanieren Einheimische Bei einem Tempel Töte ihn Mit einem Messer Ach nee Machen wir Jetzt müssen wir Nur den Ort finden Ja Der Ort Ist nämlich Mord Da gibt es Auf jeden Fall Eine Kiste Ganz ehrlich So viel Kubatenschütze Kann ich gar nicht Rauchen Wie es er gibt Hier ist auch noch Irgendwo eine Kiste Versteckt Wo ist sie? Le Kiste Le Karton Buibion Na gut Scheiß drauf Okay Aha Da ist schon einer Da ist noch einer Und da ist noch einer Okay Hier heißt es Von hinten heran Das heißt Wir würden Uns Ah Die würden uns Sofort erkennen So Jetzt können wir Noch mal Einen Blick werfen Ja Da ist er Eins Zwei Drei Können wir eigentlich Alle mit Ein Messer machen Da ist da noch Einer Okay Noch haben sie uns Nicht erkannt Wir nehmen die Shredder 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 Ratetta Und schwimmen Mal rüber Blüber Und hoffentlich Erwischt uns hier Kein scheißen Drecksvieh Komm schnell Schwimm Schwimmmeister Gleich kommen wir In dieses Gebiet Und da müssen wir Vorsichtig sein Okay Erreiche den Angegebenen Ort Jetzt hat es die Scheiße schon mal Gespeichert Find und tötet Den Kommandanten Mit einem Messer Jaja Okay So geht das Sie schauen alle Zu mir Jetzt nicht mehr Kommandant Guckt nicht Okay Jetzt guckt er Wieder in meine Richtung Nein Jetzt nicht Oh Da ist noch ein Relikt So Oh Ist die geil Danke für den Tipp Master Lou Jemand ins Schlüssel That's right So easy Ne Leiche plündern Genau Und Was nehmen wir noch mit Hier Le Reliquie Licht an Spot aus Ein modelliertes Medizinflaschel So wie viel haben wir jetzt Was ist das hier Ach da ist eine Kiste Aha So geht das nicht Wie kommt man denn an die Kiste ran hier Ne Die Granate Warte Gehen wir mal hin Ne Auch nicht Scheiße Komisch Komisch Ach Gehen wir wieder hoch Hier ist nichts Außer noch eine Kiste Mit Wasserbehälter aus Ton Wer hätte das gedacht Und noch eine Kiste ist hier auch Das ist die unten drunter Hm Okay ihr Lieben Ne Schredder ist ne Schredder Da kannst du machen was du willst So schauen wir mal auf unsere Le Mab Le Mab Le Mab Le Mab Und Auf geht's An die Loks Hm Das war easy So Baby Dann gib mir mal Noch die Möglichkeit Da Halben Interagieren Benutze am Das am Zielort Gestellte Um Hirsche für hungernde Rakia zu jagen Ach Gottchen Mit ner Schrotflinte Sehr easy 152 Meter Was tauscht man da Ach ne Das war nicht mit ner Schrotflinte Mit ner Das war ja mit was ganz anderem Hirsche Okay wie viele Mit ner Bogen Wär cooler oder Okay Mit ner Scharfschützengewehr Fünf Tiere Müssen wir töten Wir gehen jetzt hier hoch Und sitzen rum Hirsche Da Eins Zwei Nee Nee Spring Bock Okay Zwei Dann Aha Der ist dahinter Alles klar Der müsste doch gleich vorkommen Oder Nee Kommt er nicht Ein Stinker ist Das war noch mehr So jetzt Da kommt er Nee Scheiße Nee Komm Mein Freund Was ist mit ihr los Gibt's noch mehr Hirsche hier Da ist keiner Wir könnten sie aufjagen Oder Und zwar So Nee Kann man nicht Gut Okay Dann müssen wir hier runter Und uns das Vieh holen Jagdinstinkt Scheißen Dreck Okay Jagdinstinkt Wir machen das ohne Oder Nochmal Jagdinstinkt Reicht das nicht Wenn wir dem Tier einfach Eins überbraten So Ducken Und Ach Scheiße Okay Ich komme Ach da Nee Das ist eine Blume Wo seid ihr Wo seid ihr Kleinen Kleinen Hirsche Oh da ist ein Auto Netzt mir aber nichts Hirsch Wo bist du Ich kann doch auf die Hütte gehen Und dann mal gucken Oh da kann man kleiden Das ist ja geil Also es muss in diesem Gebiet sein Hier Hier In diesem Gebiet Aber wo Wo seid ihr Ihr Kleinen Stinkenden Hirsche Ist da vielleicht noch so ein Brief Mal gucken mal Nee Aber da ist eine Reliquie Hahaha Was ist das Ein Weg nach irgendwo Ja Jagdinstinkt Jagdinstinkt Muss ich es doch machen Ja Gelbes Blatt Da ist eins Dann müssen wir das halt machen Wenn ihr nicht wollt Dann müsst ihr es Achso Escape Herstellung Jagdinstinkt Jagdinstinkt Herstellen Check Check Und Nee halt Jetzt muss ich aber doch nochmal gucken Wo Jagdinstinkt überhaupt Hin ist Einen Platz zu weisen Auf der 8 Na prima So Auf die 8 Ohlala Give me a little bit Jagdinstinkt Da ist eins Ach geil Jetzt weiß ich endlich Wie das funktioniert Und wo ist noch eins Da So Erfolg Vielen vielen Dank Fürs Zuschauen Das hat deine Laune gemacht Hehehe Hehehe Hehehe